hallo und herzlich willkommen liebe kameraden schönen gach ja eigentlich ich habe leute ein neues video so heute neugekommen fortneidig paket und hier vor 4 euro 99 leute hammer geiles paket wo ich mir nachher auf alle fälle noch können liebe folgende guck mal auf der bühne ich komme erst nachher noch gekostet 499 ich kaufe ich mir nachher auf alle fälle noch nur auch mal nachher geld auflagen und ja dann gucken wir mal hier dann haben wir die igel ist dabei mit zweifach hingeriele einmal ja einmal mit ja die kundige auch von 5 euro ist schon geil weil man mit kaputt und einmal ohne kaputt liebe freunde ja die kundige auch so wenn ich noch gegen rück nachher frage dabei ok aber der waffe hinten ist die waffe leute okay fällt mir dann haben wir noch die gebrüchstücke und ich schaue so an liebe freunde schon geil und dann wird noch gleich kundige wach dabei wo ich denke ok ok und das nur vor 4 euro 90 ich auf alle fälle gongen leute geiles paket muss ich sagen die damen die kundige auch muss ich sagen kann ich mir nachher auf alle fälle liebe freunde muss man ja nur auch mal geld auflagen dann gönne ich mir die nette gabe und hier ja komm gar nicht sagen vor fünf euro freundlich ok das ist heute der shop hier ja die geile machen und lager shop ja die musik ist heute neu gekommen die habe ich mir kauft ok und ja auch mal musik auch machen wo ist es ja hier ja jetzt bin ich auch gegangen egal dass kein vorkommen ich kann vorkommen leute es kann vorkommen ja so wackelt ich muss mal gucken wie er kommt oder wo muss ich mal gucken leute muss ich mal gucken wie er kommt muss ich mal noch erwähnen ich löge auf alle fälle erst mal auf wieviel charakter ich im fordner habe weil ich habe gestern noch eine abgebung gemacht ob ihr wisst wieviel charakter ich habe und ich muss gar nicht ihr wisst schon was ich habe also hätte ich nicht erwartet dass viele von euch wissen wieviel charakter ich im fordner habe aber es ist schon geil leute ich finde ich schon geil und ihr habt gestern gehabt ich habe 400 geilen fang ich charakter im fordner ja ich habe 400 geilen fang ich charakter im fordner also für alle die gedacht haben geihunger nein geihunger ist falsch ich habe 400 geilen fang ich charakter habe ich ich dachte ich habe kalt wird so ich vor mal gerne leute denn wo ich das video mal bei n und ich vor gerne leute wir gehen auf alle fälle wieder weg auch immer ich mache vielleicht kommt die tage mal live ging muss ich mal gucken wie ich habe leute und jaco kalt habe ich nicht so viel schalke und alles ja ich halt mal gucken wie ich habe leute vielleicht kommt mal wieder abo zocken muss ich mal gucken wie ich habe und bis dahin ich wünsche euch eine angenehme woche und falls die schule haben wollte vier bach in der schule und falls gearbeitet wird vier bach weil gearbeitet und die von garm bis gar hin schau 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 schau